So hier ist er und willkommen zurück zu Let's Play The Wind Waker. Beim letzten Mal haben wir uns die Picto-Box geholt und ich bin gerade hier, weil ich auf dem Rückweg von der Picto-Box extra in dieses Loch gefallen bin. Dabei bin ich aber direkt vorm roten Leuenkönig gelandet und der hat uns schon gesagt von wegen, ah du hast ein Segel, wir könnten weiter segeln. Aber das möchte ich jetzt noch nicht machen. Wir könnten zwar, aber es gibt hier noch einiges zu tun, denn wir haben ja wie gesagt beim letzten Mal diese schöne Picto-Box geholt. Und mit der können wir Fotos schießen. Wir können aber immer nur drei Fotos mit dabei haben. Ist im Moment aber auch nicht so wichtig. Ich möchte sie jemanden hier zeigen. Aber wem möchte ich die zeigen? Übrigens, wobei der Laden ist im Moment noch nicht wichtig. Der Laden ist im Moment noch nicht wichtig, aber das hier könnten wir eigentlich noch machen. Wenn ich schon dabei bin, eigentlich wollte ich heute Fotos schießen, aber wenn ich hier schon so vorbeigehe, fällt mir gerade auf, das hier ist doch... Ist es das Haus? Oh ne, das ist nicht das Haus, an das ich gedacht habe. Ne, 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 das ist im Moment nicht wichtig. Entschuldigung, Entschuldigung. Denn es gibt hier noch so ein kleines Schiffe-versenken-Minigame, aber das wollte ich eigentlich erst hinterher spielen. Aber gut, aber gut. Gehen wir mal erstmal zu dem... Weil es gibt hier nämlich einen Kenner, ja, einen Kenner, der sich mit Foto... Wie sagt man? Fotografie. Fotografie ist das Wort. Auskennt. Ich suche nur gerade sein... Das hier müsste es sein, ne? Ja, ja, das ist eine Kamera auf dem Dingens. Über der Tür, das müsste hier richtig sein. Denn... Der wird wahrscheinlich ganz verdutzt. Schauen, wenn er sieht, dass wir eine Kamera haben. Mensch, es ist... Also, ich meine, ich bin jetzt nicht rassistisch oder so, aber es sieht schon aus wie ein Jude irgendwie. Ich weiß nicht, es ist ja nicht schlimm, nur mit dem fetten Bart denke ich halt als erstes an sowas, ne? Ja, danke, danke. Ich habe sie gefunden. Ja, ich glaube, wenn man vorher versucht hätte, hier hinzukommen, hätte er ihn rausgeschmissen. Von wegen... Ja, du hast keine Ahnung von Fotografie, aber naja. Ah, danke, danke. So, gar mit einem... Das... Ich weiß nicht. Das Herz ist irgendwie nicht gut gewählt, finde ich. Auf jeden Fall, was wir machen können, ist jetzt sein Haus ansehen und das sollten wir definitiv machen. Und Momentchen, hast du hier Geld in den Krügen versteckt? Lass mich mal schauen. Nee. Arme Sau, du kannst dir Kameras leisten, aber kein Geld in den Krügen verstecken. Ha. Jedenfalls, hier vielleicht... Komm schon, komm schon. Gibt es hier echt kein Geld? Schade. Nun denn, hat nämlich hier einiges an Fotos geschossen. Und ja, ihr seht schon, die Kamera schminkt da rum, ist so eine Art kleine Cutscene. Und es lohnt sich definitiv, ich glaube, wir müssen uns sogar alle ansehen, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Wobei, nee, ich glaube nicht, aber... Ja, sehen wirklich nicht schlecht aus. Muss deine Sache wohl ziemlich gut. Mhm. Achso, das ist doch richtig ababat, so bist du. Wie viele Jahre ist das denn her? Hm. Ich glaube, man kriegt auch ein paar Tipps, wenn man die ein oder andere... Das ein oder andere Bild ansieht, falls da vielleicht irgendwas Interessantes rumliegt oder so. Aber gut, dann schauen wir uns mal ein bisschen zumindest um. Ich glaube, wir müssen nicht alle ansehen, sonst mache ich das noch. Aber was haben wir zum Beispiel hier? Was ist das? Ist das Präludien? Sag ich doch. Mhm. Dein bezauberndes Mädchen gab es dort auch. Meine Omi? Hahaha. Wer weiß. Wer weiß. Gab es auch einen Fatherwalker? Was haben wir hier zum Beispiel? Was ist das denn? Sieht aus wie irgendein Turm. Hm. Wer weiß. Wer weiß. Aber so ein Turm einfach mal auf der See zu finden, ist wohl auch nicht so einfach. Das ist, glaube ich, auch recht interessant gewesen. Hm. Sieht aus wie ein leerstehendes Haus, ja? Ein Anwesen sogar. Wer weiß, wem das Anwesen gehörte. Wer weiß. Was haben wir hier? Was ist das? Ist das ein Schiff? Mhm. Ein Geisterschiff. Ich dachte, das hätten wir in Lufia erst zerstört. Ja, 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 ja. Wirklich? Eine Karte davon angefertigt hat? Hm. Das heißt, es fährt anscheinend tatsächlich ein Geisterschiff umher. Vielleicht stoßen wir auch noch drauf. Ich stehe so auf Geisterschiffe irgendwie. Hat was. Hat was. Sagen Sie es nicht Flucht der Karibik ist. Gab es denn Flucht... Doch, da gab es auch im ersten Film Geisterschiff, oder? Ich weiß es nicht mehr. Es ist zu lange her, dass ich den gesehen habe. Was haben wir hier noch? Das sind irgendwelche komischen Viecher. Schleim. Mhm. Haha, Blobs. Ne, die haben Beine. Und Augen. Blauer Schleim. Mhm. Kann ich nicht wirklich erkennen, welche Farbe das auf dem Bild ist. Aber gut, die Bilder lasse ich mal vorbeikommen. Macht die zwei Bilder, können wir uns auch noch geben, wenn Link da mal irgendwie dran vorbeikommt. Danke. Was ist das denn? Triangel-Insel. Alles, was orange ist, ist wichtig, ja? Einem Norden, einem Süden und einem Osten. Was hat es wohl mit diesen Triangel-Inseln auf sich? Wer weiß, wer weiß. Who knows, who cares. Ist das die Bastion? Sag ich doch. Ah, nordwestlich von ihr. Das heißt, vielleicht sind wir gar nicht so weit davon weg, ja? Ich meine, das Vieh hat uns ja ganz schön weit weggeworfen und wahrscheinlich... Wer weiß, wie weit uns der Leuenkönig dann noch weiter getragen hat. Was hat der eigentlich auf dem großen Meer alleine gemacht ohne Segel? Wer weiß. Who knows, who cares. Aber gut. Fertig wären wir mit den Bildern. Gehen wir mal. Mehr gibt's ja nicht zu tun. Da kommst du mal hinterher. Erinnert mich ein bisschen an Final Fantasy 9 mit diesen Opern mit dem Tee oder Kaffee oder was. Und netter Effekt übrigens mit dem Feuer, da. Hätte ich einem Gamecube-Spiel von 2003 oder 2004 nicht unbedingt zugetraut. Jedenfalls, wenn wir jetzt nochmal mit ihm reden. Auf dem Bau von Fotoboxen. Box zu erschaffen und damit die Fotografie zu revolutionieren. Und ich glaube, ich stehe kurz vor dem Durchbruch. Würdest du gerne mein Assistent werden und mir bei meiner Forschung helfen? Oh ja, gerne. Wir möchten ihm sehr gerne helfen, denn dadurch kriegen wir was ganz Schönes. Ich mag das Wort Illusion. Das ist hier und drin. Musst du in der Lage sein, jede meiner Anweisungen Hand umdrehen und um zu ihm was auszuführen. Ich schlage vor, wir stellen dich erstmal ein wenig auf die Probe. Klar, was soll ich machen? Drei Aufgaben kriegen wir. Ich glaube, Herkules hatte zehn. So schwer sind die nicht. Nicht mal annähernd. Das sind keine Götterprüfungen hier. Erste Aufgabe ist... Ein Liebesbrief ist jetzt im Griff. Schon. Jemandem, der nicht müde wird, Liebesbrief, um Liebesbrief zu schicken. Und das, obwohl ihn seine Angehimmelte schon im Körben überhäuft hat. Aha, das heißt, ich soll jetzt... Gut, wir sollen also jemanden fotografieren, der gerade seinen Liebesbrief in den Briefkasten einwirft, ja? Das sollte eigentlich hinkommen. Jedenfalls, um die Kamera zu bedienen, können wir auch im Haus machen. Einfach den entsprechenden Knopf drücken. Können halt Kamera drehen und was auch immer. Und zum Auslösen einfach die A-Taste. Und ich merke gerade, die Leute posieren hier nicht. Das war so cool in Dark Chronicle. Da gab es nämlich auch eine Kamera. Könnte man auch, glaube ich, 20 Bilder aktiv speichern und halt noch in seinem Album. Und da haben die Leute, wenn man die Kamera auf sie gerichtet hat, sogar posiert. Das war richtig nice. Damit konnte man dann immer neue Erfindungen bauen. Das war so Hammer. Aber gut, aber gut, ist jetzt auch erstmal egal. Habe ich nur ein Let's Show von gemacht. Und die Kamera, glaube ich, nicht unbedingt gezeigt. So weit habe ich es nicht gespielt. Jedenfalls, wir müssen unseren Blick also auf diesen Briefkasten werfen. Aber, das Ding ist, ich glaube, man muss sich ungefähr hier hinstellen. So weit möglich, wie es geht. Und dann mit der Kamera einfach mal zoomen, rüberzoomen. Und dann warten wir. Und ich hasse diese Kopfübersteuerung. Boah, Kamera, wie er was ist auch am Meta-Gigab, hm? Aber da mussten wir jemanden fotografieren, der Liebesbrief macht. Außer vielleicht irgendwie in den VR-Missions. Das weiß ich nicht mehr. Das ist zu lange her. Jedenfalls, wenn wir hier ganz hinten am Pier stehen, wird irgendwann jemand kommen, der unbedingt einen Brief hier reinwerfen will. Wir müssen ihn halt voll auf die Linse kriegen, wie er gerade den Brief einwirft. Ich glaube, man kann, wenn man es verkackt, glaube ich, in ein Gebäude gehen und wieder raus und sich wieder hinstellen. Und dann wird er wahrscheinlich nochmal kommen. Ding ist, es dauert halt ein bisschen, bis der wahrscheinlich hier landet. Das heißt, wenn er nicht gleich kommt, denke ich, mache ich einen kleinen Schnitt, bis er sich mal hierher bewegt. Ah, da nervt sich jemand. Schaut mal, schaut mal. Der sieht aus, wie Super Mario in Zelda aussehen könnte. Mehr oder weniger. Und, ist der nicht irgendwie verdächtig? Ist das, ist das, ist das? Schauen wir mal. Let's find out. Und da bewegt er sich hin. Und er schaut, er schaut, er schaut. Und da hat er einen Brief und zack. Lichtbild behalten. Ja. Alles klar, schauen wir mal, ob dieses Lichtbild gut genug für den Experten ist. Ob er das Bild anerkennt oder nicht. Das sagt uns gleich. Das Licht, yeah. Ich sollte nicht reimen. Auf jeden Fall, Moment, stecken wir mir die Kamera weg. Ich mag das nicht, wenn ich was in der Hand habe. Aber man könnte sich ein Auge auspieken, selbst bei einer Kamera. Huh. Na dann. Ja, hier dann geht es definitiv schneller zum Fotolabor. Dann präsentieren wir ihm das mal. Ich hätte auch mehr Fotos machen können. Aber nö. Aber nö. Nun denn. Hey, hey, hey. Ach so, gut. Ich muss das Bild wahrscheinlich noch... Oder kann ich das... Wie mache ich das am besten? Ich glaube, muss ich dich anwesend und dann Kamera? Das würde ich ihm gerne zeigen. Ja. Und was sagst du? Was? Das zählt nicht. Ah. Gut. Ich stelle mich nochmal hin. Wir sehen uns, wenn ich das Foto schieße. Oder wir sehen uns lieber, wenn ich das Foto fertig habe und wieder hier bin. Bis gleich. So. Versuche Nummer 2. Schauen wir mal, wie er diesmal reagiert. Ihr seht schon, ich habe extra noch ein Foto gemacht. Aber welches war jetzt das richtige? Ah. Ich glaube, das habe ich eben gemacht. Dabei habe ich mich extra nochmal woanders hingestellt. Aha. Das akzeptiert er also, ja? Na, soll mich nicht stören. Mhm. Achso, du hast auch mal versucht, ein Mädel rumzukriegen? Hat wohl nicht geschafft. Äh, hat wohl nicht geschafft. Hat wohl nicht gewirkt, ja? Aber gut. Nummer 1 haben wir bestanden. Okay, behalte es ruhig, wenn du meinst. Was ist Aufgabe Nummer 2? Mhm. Finde mir den größten Feigling der Stadt. Alles klar, das klingt doch nach was. Wir sollen also jemanden quasi erschrecken, der sehr schreckhaft ist und dann ein Foto von ihm schießen. Das ist aber ganz schön fies eigentlich, ne? Am besten ist es bestimmt so ein Muskelbrutz, der dann irgendwie Angst hat vor einer Maus oder so. Ne, 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 ne. Wir könnten in der ganzen Stadt nach ihm suchen, aber das reicht nämlich nicht, denn ihr müsst ja auch irgendwie eine Szene triggern, wodurch er eben zum Feigling wird. Und von daher zeige ich euch einfach mal, wo das Ganze ist und zwar an einem Ort, wo ich euch noch nicht hingeführt habe und zwar hier in der Bar, was wahrscheinlich hier wieder zensiert wurde zur, ich weiß nicht, zum Kaffee oder so. So ähnlich wie ein Kran, die auch. Aber gut, sollen uns nicht stören, denn hier gibt es jemanden, der ganz schön viel Schiss hat. Vielleicht kriegt man das auch bei den Gesprächen raus. Hey, hey, hey. Sagst du uns was Interessantes? Na, gerne, gerne. Ne, die sagt nichts dazu. Wie sieht es mit den Gästen aus? Ist ja nur einer hier. Hey, hey. Mhm, aus der Herren Inseln. Wirklich eine Tragödie. Hier fehlt halt so ein bisschen. Hier sind dann so... Hm, 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 hm. Ähm, gut, sagt nichts, aber ich sag euch einfach mal, er ist es. Und wie kriegen wir ihn dazu, dass er Schiss hat? Wir nehmen einfach mal einen dieser Krüge und schmeißen ihn da hin. Schaut ihn euch an. Da zittert er im ganzen Leibe. Oh, jetzt habe ich echt zu spät ein Foto geschossen. Gut, dann nehmen wir den nächsten Krug. Da ist nämlich noch einer. Diesmal muss ich es aber schneller machen. Darum positioniere ich mich schon mal so, dass ich ihn anschaue. Dann werfen wir. Und... Oh, jetzt weh der Rubin, macht mir das Bild kaputt. Schauen wir mal, ob das Bild zählt. Wenn nicht, dann komme ich ausgerechnet nochmal zurück und mache ein Neues. Kann ja sein. Kann ja sein. Weil das andere Bild, ich weiß auch nicht, wo ich das letzte Mal gespielt habe, das weiß ich nur. Da ging das eigentlich immer recht flott. Also das Spiel ist da, glaube ich, eigentlich nicht so kritisch und gemein, was das angeht. Eigentlich... Nee, oben lang. Eigentlich akzeptiert das Spiel meistens die Bilder, wenn es ungefähr richtig ist. Aber irgendwie hatte ich mit dem ersten Bild wahrscheinlich kein Glück. Und dann habe ich beim zweiten auch gedacht, ach nee, komm, warten wir. Weil so wirklich hingehauen hat das auch nicht vom Design. Aber schauen wir mal, ob das nächste klappt. Das wäre... Das hier. Ist das gut? Na, ist das gut genug für dich? Ah, funktioniert. Sehr schön. Ja, kein Problem. Kein Problem. Köstlich. Ein Foto. So, was ist dann unsere letzte Aufgabe? Erzähl mal. Mhm. Die dritte und letzte Aufgabe. Mhm. Ein Mann und eine Frau, die sich sehr zugetan sind, aber aus irgendwelchen Gründen sind beide leider zu schüchtern, sich endlich mal anzusprechen. Ah, darüber könnte ich auch Geschichten erzählen. Sie werfen sich nur manchmal einen kurzen, verstorbenen Blick zu, wenn sie auf der Straße aneinander vorbeigehen. Es ist wirklich nicht mit anzusehen. Mhm. Wir sollten Armut spielen. Ob wir das können, indem wir ein Bild machen, klingt zwar nicht unbedingt danach, aber wir können es ja zumindest mal versuchen. Hm? Wenn du auch diese letzte Aufgabe gemeistert hast, dann wird dir die Ehre zuteil, mein Assistent zu werden. Nun denn, du Weihnachtsmann. Aber, ich denke, diese letzte Aufgabe, die widmen wir uns beim nächsten Mal in Let's Play The Wind Waker. Ich bin's hier hin und sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.